Also die Veranstaltung macht aus, dass man hier einfach Impulse kriegt, wie es in der Zukunft sein kann oder wird. Ich denke, manche Sachen sind ja schon sehr zukunftsorientiert oder der Zeit etwas voraus. Aber wir sind als Landmaschinenhändler auch schon bei diversen sozialen Medien unterwegs. YouTube oder Facebook stellen uns da als Firma dar. Aber hier kriegt man auch mal Impulse, was man in Zukunft mit Werkstatt, wie man da arbeiten kann, wie man vielleicht neue Mitarbeiter auch einfangen kann, was man dem Kunden Gutes tun kann, wenn er mitspielt. Und das ist für uns so, dass man immer wieder neue Impulse hier bekommt, wie es in Zukunft weitergehen kann und wie wir uns darauf einstellen und den Weg dahin finden.